HALLI HALLÖCHE MEINE WERTEN DAMEN AND HERREN Und willkommen wieder zurück zu Hardcore Heroes Staffel 4 Folge 6 Mit mir und dem Aresordi Guten Tag Und zwar werden wir heute natürlich wieder super tolle Sachen machen Weil wir da waren nämlich in der letzten Folge Waren wir hier und haben sau viel gemacht Ja Und wir müssen natürlich jetzt Ausschau halten Ja Wir müssen gucken was passiert Wir müssen unbedingt noch Schweine töten um mehr Essen zu bekommen Weil wir nämlich sau viel rumlaufen Ja Hier ist ein kleines Kätzchen Die man natürlich auch bestimmt ein bisschen streicheln kann Komm kleines Kätzchen Du bist jetzt Pilot Warte mal Komm wir schmeißen das Kätzchen einfach mal weg Komm mal kurz her kleines Kätzchen Kätzle Komm du bist jetzt Pilot Und genau das haben wir die ganze letzte Folge gemacht Hallo Das war jetzt eine kleine Idee Aber ich hoffe mal dass das nichts auszusagen hat Wir gehen mal weiter wieder zu Skylight Serie Oder was wissen wir überhaupt ja Skylight Serie Ich weiß wohin geht Ich weiß wohin geht Ich weiß wohin geht Ich glaube wir müssen Wir müssen aber auch noch Essen holen Wir müssen uns echt beeilen Warte mal wir müssen auf dem Weg Wir müssen ihn verfolgen Oh Gott das war Wo ist der Oh mein Gott warte mal wir gehen mal kurz auf den Berg dort hoch Oh Mann ich brauche aber noch was zu essen Und die Schlange darf uns nicht erwischen Oh ich muss auf den Berg hoch Habt ihr den gesehen? Oh mein Gott ich kann jetzt gerade nicht so viel reden Normalerweise rede ich ja sehr gerne viel Aber jetzt ist es gerade ein bisschen kritisch Weil der hat uns nämlich gehört Oh 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 der darf uns nicht hören Wo ist denn der Langgelaufene Ist der da hinten? Ne das ist ein Mob Oh da ist er das? Ne das ist glaube ich ein Mob Warte mal wo ist dieses Starlight Island? Das ist da vorne Einfach immer geradeaus Läuft der da unten irgendwo? Intellektueller left the game Warum? Warum? Lol? Oh oh Beste Internet? Don't know Äh warte mal warte mal Es geht äh Geht weiter Geht weiter Ich würde sagen es geht weiter Passt alles Max? Ja genau Kurze Frage Mann das hatten wir glaube ich noch nie Okay bei Max passt alles Der hat anscheinend sein Spiel neu gestartet oder so Aber wir müssen jetzt aufpassen wo der ist Der wollte zu Star Dings Island Oh 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 Ganz ruhig ganz ruhig Warte mal Wo ist der Kompass? Das Dieses Starlight Island ist gleich hier Wir bewegen uns da einfach mal hin und beobachten das einfach mal Was haben wir denn da? Was haben wir denn hier? Warte mal Oh Gott ich möchte um ehrlich zu sein gerade nicht zu viel reden ne Und ich möchte auch nicht zu viel laufen weil wir nicht so viel essen haben Da ist dieses Starlight Island Da wollte der hin Okay das gucken wir uns natürlich an Yeeeh Warte mal warte mal Warte mal Wir müssen jetzt leise sein Wir können vielleicht noch die Schafe hier so kurz töten Easy Und dann haben wir hier nochmal ein bisschen was zu essen Das ist echt gut dieses Schwert mit dem wir echt ein bisschen was zu essen holen können Warte mal Easy peasy lamb squeezy Das heißt wir gehen mal hier so drauf Und schauen mal ob hier vielleicht jemand ist Wir haben uns sogar letztes Mal gerade eben Haben uns gerade eben hinter dem Grasbüschel versteckt Damit er uns nicht sieht Mega cool Okay da hinten ist dieses Starlight Island Warte mal wir müssen ein bisschen näher ran um das bessere Ding sehen zu können Ich glaube wir tauchen einfach Warte mal Habe ich nicht Taucherflossen Ich habe dich noch nie gesehen im ganzen Projekt Außer am Spawn Max ich bin uns nicht bei Schwingen wir gerade nach Max ich erreiche dann nicht riechen Max B enthalten Ja Warte wo bist du denn seelisch garnicht Ach davor Ein bisschen mach Oh da war Max der O Max Max Was hast du denn hier mach Ah Okay 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 Wir nehmen jetzt unsere ganzen Städte Was hast du für items Haha Oh yeah man Sog haben wir unsere Tränke Jetzt müssen wir das ganze noch nachladen Und dann geht sie gleich weiter mit unseren Der Diggaz Oh Gott, wieso ist hier Herzklopfen? Max, hilf mir schon mein Schwert! Oh mein Gott, du Max! Alter, was ist das für uns? Komm her! Max, du kannst mich weglaufen, mein Schwert ist zuge... Leute, wo bist du? Hä? Wo bist du hin? Äh! Oh mein Gott, Max! Ja, das ist der Chaos! Oh mein Gott, Max! Na, jetzt ist es Ende! Was? Max, bloß mein Hund gekillt! Das, das war's! Max! Ja, jetzt ist es auf! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich kann hier die ganze Zeit nichts sagen, weil ich da die ganze Zeit zuhöre! Oh mein Gott, oh mein Gott, wir müssen uns tarnen, wir müssen leise sein! Oh mein Gott, das ist so spannend dazu zu sehen, Alter! Warte mal, wir müssen in den Wald! Im Wald sieht er uns nicht, im Wald sieht man mich nicht! Warte, warte, warte! Ich teleportiere mich jetzt kurz nach da oben und wechsle kurz die Schuhe! So, easy! Dann bin ich jetzt kurz hier! Alter, ich möchte mir das weiter ansehen! Wo sind die? Ich rede jetzt wieder ein bisschen weniger! Ich rede jetzt wieder ein bisschen weniger! Willst ihr bloß Angst machen, Alter? Ah! Hallo! Wo wissen du? Oh, ich kann... Max, ich kann klettern! Ich bin der Spinner! Also, du bist eine Spinne, wow! Und ich bin ein intellektueller, das ist auch eine ziemlich kleine Sache! Max! Ja, du willst... Nein, nein, nein! Okay, Max, das war's! Was, was? Was hast du für ein Dings? Ich hab die spezielle Fälle auf Erben! Ich hab alles... Ich hab alles... Ich hab alles... Ich hab alles... Was auch was? Ich hab ein Endement-Pads! Du hast auch ein Endement-Pads? Wow, ich brauche eins also! Das ist kein Vorteil, aber... Okay... Was wissen du? Ich sehe dich hier gar nicht! Ich bin hinter dir! Oh, mehr! Überall... Oh, mein Gott! Oh mein Gott, das war doch... Also wollte ich nicht! Max, komm mal von den Bäumen runter! Was bist du für ein Tatsache? Ich bin ein Affe! Ich darf das! Ja, ja, Flo! Hast du gedacht, dass ich hier so ein... Anti... Die schwere Geschütze? Zeig mal, Lea! Zeig mal, was du brauchst! Ja, wenn ich die mal stehen würde! Ich bin ein Affe! Ein Affe! Die Affenarme! Die ist aber viel zu... What the actual... What? Was? Ja, komm! Mein PC-Eleck! Mein PC-Eleck! Du bist ein Hacker! Du bist ein Hacker gibst zu! Hashtag Hacker! Max, kannst du bitte mal aus dem Wald rauskommen! Und wie ein Mann kämpfen! Nein, das ist meine Heimat! Hier wohnen die Äpfchen hier! Nein! Ich sehe nur Zebras! Wo bist du? Ich bin ein Zebra! Nein, hä, wo bist du? Du trennst die ganze Zeit von... Keine Ahnung! Kannst du bitte mal... Hä? Alter, ohne Spaß! Ne, warte mal! Habe ich irgendwas, wo ich anzünden kann? Ja, zeig mal, was hast du denn drauf, meine Liebe? Da bist du! Max kämpft wie ein Mann! Okay! Nee! Äh, ach da... Äh, äh, äh... Ja, zeig mal, was hast du denn? Wow! Wow! Komm her! Nein, 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 nein! Was? Was ist das für ein Typ? Ooooooh! Kie kie Max! Kannst du mich doch hören? Oh mein Gott, jetzt wissen die aber wie viel der Mensch mir schwer macht! Oh Mist! Oh mein Gott! Du hast es jetzt voll ab. Na, willst du hier mal... Oh, oh. Oh, aufpassen. Roman, du hast ab. Nö, nö, das ist mein Stuff. Das ist mein Stuff. Aufpassen, bitte. Ich bitte Sie, Kausel 44. Geh mal hier kurz weg. Ich möchte mal kurz ein paar Items haben von dem Kleinen hier. Nein, du kannst abpauen. Ich habe die ganze Sache hier beobachtet. Hast du eigentlich Milch gefunden, um dich hier mal wieder zurechtzufinden? Max, du kannst Dings-Gemo 3 gehen. Oma. Hallöchen, hallo. Hier sind auch ein Schleimpats. Oh mein Gott, bitte nicht. Zwei Schleimpats, Roman, du bist tot. Oh, ich hole mir, glaube ich, mal den Drop hier. Wuhu. Du kannst dir den Drop holen. Tschüssi. Haben die halt so Telefon-Items. Okay. Oh mein Gott. Also, ich kenne ihn eigentlich angreifen, aber der macht schon viel Schaden, Mann. Der macht richtig viel Schaden. Ich brauche irgendwas gegen Flo. Ihr habt es gemerkt, ich glaube, gegen Flo verliere ich sogar. Außer, wenn ich Flo einmal hochschmeißen kann. Wenn ich Flo einmal auf dem Boden brettern kann, ja, dann gewinne ich das Ding. Aber ich glaube, wenn ich gegen ihn im Nahkampf kämpfen will, verliere ich, glaube ich. Aua. Bitte nicht sterben, Roman. Ähm, und zwar verliere ich, glaube ich, wenn ich nämlich im Nahkampf gegen ihn kämpfe. Das heißt, ich brauche irgendwas mega starkes, was auf die Entfernung gut, äh, Dings, Damage macht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich mit dieser Gun hier gut weiterkomme. Ja. Ich glaube, ich kann auch mein Housepad gerade nicht mehr benutzen, weil das, äh, Dings, Max echt gut gekämpft. Das heißt, da war, also wir haben ja den Kampf gerade eben echt nochmal gut angesehen. War eigentlich ganz cool dazu zu sehen. Der Kampf selber. Ich habe zwar leider den Kill nicht gesehen, aber es ist alles irgendwie im Wald passiert oder so. Keine Ahnung, wie die da gekämpft haben, ne. Irgendwie so richtig wie so Affen. Mega lustig. Ähm, aber, äh, es war ganz schön krass, muss ich sagen, ja. Das war ein heftiger Kampf, den sie sich da geliefert haben. Das heißt, Flo hat also das First Blood gemacht hier. Ähm, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich vielleicht schnell zu den Dings hinkommen kann, ja. Zu dem guten alten Spawn. Ich glaube, der war hier natürlich. War der? Und ich würde jetzt gerne diese ganzen Lucky Blocks, die ich habe, mal aufmachen, weil ich habe mega viele Lucky Blocks gefunden, ne. Und deswegen müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen können. So, was haben wir denn hier? Puck, vier schöne Lucky Blocks für mich. So, das heißt, wir können jetzt erstmal nochmal gucken, weil die haben alle mit 100% Luck zu tun. Das heißt, wir müssen da keine Befürchtungen fürchten. Easy. Das heißt, wir haben jetzt auch ein bisschen noch was zu essen. Falls wir irgendwie wieder Hunger haben oder so, dann essen wir einfach irgendwie das nächste Tier, was einfach so auf der Straße läuft. So, ähm, wir, 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 wir haben ein Mushroom House, Redstone Rocket und Astral Lucky Blocks. So, Astral Lucky Blocks, was geben die uns? Bitte, bitte was Gutes. Warte, kurz mit dem Emerald Pickaxe abbauen. Hä? Ich habe Mining Fettiger. Wieso habe ich Mining Fettiger? Warum? Warum? Hey, yo, 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 yo. Hä? Ähm, habt ihr auch Mining Fettiger? Äh, 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 Fattigur. Fattigur, meine ich natürlich. Hä? Ich kann die, ich kann die Lucky Block nicht abbauen. Oh mein Gott, ich brauche, ich brauche Milch. Oh nein. Bitte Zombies, geht mal kurz weg. Ich brauche Milch. Oh Mann, ich mache nicht genug Schaden. Das ist so blöd. Roman Guardian Temple Hardcore Heroes 1. Oh nein, 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 nein. Mist, 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 Mist. Warte, warte, warte. Ich brauche jetzt Milch. Aber für Milch brauche ich Eisen, ne? Ja, und, äh, um den Dings zu bauen. Um den Eimer zu bauen. Aber woher bekomme ich Eisen? Eisen, 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 Eisen. Jetzt muss ich überlegen, wie kriege ich Eisen? Ich muss mir wahrscheinlich Eisen craften oder sowas in der Art. Aber ich habe bisher noch nie irgendwas geschmolzen, noch nie was gemacht. Äh, wird jetzt ein bisschen komisch, ja? Ich habe jetzt zwar Haste 4, aber ich habe auch Mining Fettiger, ja? Vielleicht habe ich auch nur Mining Fettiger, weil ich am Spawn bin und man am Spawn nichts abbauen darf. Äh, nee, klingt auch nicht so gut. Oh, oh, wir haben, glaube ich, ein kleines Problem. Wir haben jetzt einfach einen Lucky Block mit 100% einfach draußen liegen lassen. Wir sind die Kings, ja? Super haben wir das gemacht. So, ich kann jetzt nicht mal die Mobs töten. Wieso kann ich den Mob hier nicht töten, ne? Hallo? Lag? Oh, oh, es laggt. Nein, der Server stürzt ab. Okay, Leute, da sind wir wieder. Ja, wir machen jetzt weiter. Okay, da ist jetzt unser Block. Wir haben immer noch Mining Fettiger. Ja, neuer Drop ist aber nicht erlaubt. Ähm, lass den liegen. Okay, ähm. Ich weiß nicht, woher ich jetzt einen Eimer herbekommen soll. Ja, ich weiß jetzt zwar, dass ich von einer Kuh irgendwie Milch brauche. Aber woher ich bitteschön ein Dings bekommen kann? Ähm, Dings, aber so ein Eimer weiß ich jetzt auch nicht. Warte mal, ist da drin ein Eimer? Nein, da ist nur Lafis Lazuli Ingot. Weiß ich jetzt auch nicht, woher ich das irgendwie bekommen soll. Woher soll ich denn bitteschön ein Eimer bekommen? Ich kann nicht mal was abbauen. Wie soll ich denn Eisen holen, wenn ich nicht mal Dings, wenn ich mal abbauen kann? Ich muss ja von irgendwo jetzt irgendwie Eisen bekommen, äh, Dings besorgen. Wow. Wieso ist denn das jetzt gerade eben passiert? Oh Mann, woher soll ich denn Eisen herbekommen, wenn ich irgendwie kein... Wenn ich nicht mal die Chance hab? Oh Gott, oh Gott. Warte, 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 warte. Hab ich denn da... Ich hab das einfach unendlich lang. Ich weiß nicht, woher ich das hab, aber ich hab's unendlich. Oh Mann, ich kann jetzt nur Tiere töten. Welches Tier kann Eisen geben? Ich glaub, Dings, Zombies können doch Eisen geben, oder nicht? Äh, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Das heißt, wir müssen jetzt gucken. Wir müssen uns von irgendjemandem... Alter. Die Donner kommen aber von dort hinten, ne? Das heißt, wir müssen mal gucken, was da denn gerade eben gemacht wird. Ich glaub, der Donner zieht mich ganz gut an. Da hinten ist ein Löwe. Wir brauchen irgendwelche Kisten. Wir brauchen Kisten, um Eisen zu bekommen. Warte mal, ich weiß, wo es ganz viele Kisten gab. Und ich glaub, wir gehen einfach mal in ein Dorf. Und dann schauen wir, ob wir dort irgendwo vielleicht Eisen bekommen. Wir haben da Exitium. Wir haben Scarabis hier. Und von da kamen auch irgendwie diese ganzen Donnerblitze. Ich hoffe mal, dass irgendwo einfach Eisen drin liegt. Ich muss jetzt nochmal kurz alles durchforschen. Ich hab nämlich nie auf Eisen geguckt, um ehrlich zu sein. Hier ist alles leer. Alles leer. Alles leer. Okay. Mein ganzes Inventar ist auch voll. Warte mal, ich check nochmal ganz genau nach, ob ich hier vielleicht irgendwo Eisen hab. Nö, Mann. Keine Chance. Ich hab zwar ein gutes Schwert. Alles wunderbar. Aber Problem ist immer noch, dass ich irgendwie ein bisschen aufgeschmissen bin. Okay, das heißt, wir haben jetzt... Okay, 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 okay. Ganz ruhig bleiben. Ich kriege Eisen. Hundertprozentig. Ja? Aber ich muss halt eben jetzt nur ein bisschen Ausschau halten. Mining Fertiger habe ich einfach unendlich bekommen. Ich weiß nicht, woher. Aber ich glaube, das macht tatsächlich mein Schwert. Ich glaube, ich habe irgendwie einen Effekt von meinem eigenen Schwert oder sowas bekommen. Der meinem eigenen Schwert irgendwie helfen soll oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Warte mal, ich mache jetzt mal kurz das hier weg. So, lasse oder so wird auf die Probe gestellt. Alles klar. Wunderschön. Ähm, supi. So, das heißt, wir haben da hinten nochmal irgendwie so ein kleines Dorf. Vielleicht haben wir da nochmal was. Aber wir hatten ja diese eine Dings da. Hier, diese wunderschöne Zwergen. Hey, eine Zwergenmine. Vielleicht gibt es ja in einer Zwergenmine irgendwo Dings da. Vielleicht gibt es da drinnen irgendwie, äh, gleich sage ich dir, Eisen. Ja? Klingt für mich ja eigentlich plausibel, weil es ja eine Mine ist. Vielleicht gibt es da Eisen. Ich brauche unbedingt Eisen, weil ich nämlich... Oh Mann, das ist so blöd. Okay, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben, Roman. Ich kann das Ding nämlich so, wie ich jetzt gerade ausgerüstet bin, kann ich, glaube ich, nicht gewinnen. Ja? Ich glaube, Flo wird mich mit seinem übelst langen Schwerter besiegen. Und ich kann ja bisher jetzt nur nichts abbauen. Das heißt, ich kann gerade gar nichts. Das ist irgendwie mega dumm. Okay. Okay, wenn alles gut geht, haben wir jetzt vielleicht hier irgendwo einen Kuchen. Können wir vielleicht von einem Kuchen Mining Fettiger wegbekommen? Äh, geht das? Nein, geht, glaube ich, nicht. Skalop of Spin Attack brauchen wir auch nicht. Coal brauchen wir auch nicht. Fire Arrows, keine Ahnung. Wir haben keinen Bogen, aber ich nehme ihn auf jeden Fall mit, weil wir haben dann fünf Stück und dann brauchen wir einfach nur einen Bogen und dann können wir vielleicht gegen Flo ankämpfen, ne? Aber ansonsten ist hier leider nichts drin, außer vielleicht einen Fried Squid, den wir essen können. Können wir theoretischerweise auch mitnehmen. Aber wir haben auch hier nochmal einen Arrow und hier eine Shovel of Battle brauchen wir aber auch nicht. So. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal weiter in diese komische Zwergenhöhle. Vielleicht finden wir dort irgendwo Eisen, ja? Ich brauche einfach nur irgendwie einen Eimer, damit ich da Milch reinmachen kann, damit ich dieses Mining Fettiger da wegbekomme. Oh, das ist so schlimm. Bitte, lass mich. Warte, warte, warte. Hier ist ein Maulwurf. Hallo, Maulwurf. Kannst du mir vielleicht sagen, wo ich vielleicht einen Eiseneimer herbekommen kann? Nein? Okay, gut, daneben nicht. So. Das heißt, wir sind jetzt hier. Wo ist denn bitte schön diese Höhle? Muss man da irgendwie tiefer... Oh, guck mal, da ist ein Kist, ne? Bitte, bitte, bitte. Kleiner Fuchs, kannst du mir vielleicht sagen, ob da vielleicht irgendwie ein Eimer drin ist mit Milch? Das wäre so schön. Hier ist ein Kist. Ja? 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 Flo? Flo, ich hab dich. Flo, wo bist du? Hallo? Oh Gott. Oh nein, ich bin wieder so angespannt. Aber da ist die Höhle. Vielleicht ist da Eisen drin. Warte, warte, warte. Uh, guck mal, hier sind Fackeln. Okay, hier kann man fahren. Okay, sieht safe aus. Okay, okay, das heißt Flo ist weg. Der war gerade eben ganz in der Nähe bei uns. Ganz schön gruselig. So, das heißt, wir gehen hier... Oh, Eisen. Eisen. Aber ich kann es nicht abbauen. Ich kann es nicht abbauen. Oh mein Gott, wie kann ich das denn bitte schön abbauen? Warte, Golden Pickaxe. Bitte, bitte, bitte. Nein, es funktioniert nicht. Warte, warte, warte. Bomb Arrow. Nein, funktioniert alles nicht. Wie bekomme ich denn da bitte schön Eisen raus? Ja, ich brauche Kisten. Kisten brauche ich. Warte mal, warte mal, warte mal. Haben wir da vielleicht was in der Kiste drin? Nein, bitte nicht kaputt machen, Roman. Bitte, stellt das wieder hin. So, hinstellen, hinstellen, hinstellen die Kiste. So, und dann reingucken. Leider nur ein Apple Cake. Oh Mann, ich möchte kein Apple Cake. So, das heißt, wir essen hier noch mal kurz den Apple Cake. So, okay, okay. Ich weiß nicht, ob das sich noch ausgeht mit dem Spy Ship, ob das mal funktioniert, dass wir da irgendwie reingehen. Ich habe keinen Fall. Hallo, Lars. Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Roman, Lars, ich glaube nicht, wie lange ich nicht geredet habe. Lars, dein Polen ist gekommen. Ich habe mir so ein Kumpel gemacht. Ich habe mir so ein Kumpel gemacht. Alter, what the fuck. Lars, dein Tod. Entweder, Lars, Lars, entweder du gibst mir jetzt deine Axt und deine Rüstung oder ich tötig. Es ist zu Ende, Flo. Nein. Es ist zu Ende. Ich denke, ich würde mal schlagen, nächste Folge. Hey, ihr Opfer. Ich würde mal sagen, nächste Runde wird hier wahrscheinlich irgendjemand sterben. Okay, Leute, nächste Folge. Oh, sorry, Jungs. Ich hatte, glaube ich, mein Mikrofon aus. Nächste Folge, geht die Action. Leute, bis zum nächsten Mal. Auf ein Like da. Oh, oh. 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 Oh, oh.